Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Heute wieder ein Update zu Shiba Inu. Der Coin pumpt wieder und hat einige Widerstandszonen durchbrochen. Wichtige Widerstandszonen und etabliert sich momentan bei ca. 93, das heißt 0,5093 und die nächste Widerstandszone sollte durchbrochen werden. Ansonsten gibt es jetzt wieder einen Rückschlag bzw. eine Korrektur. Wenn jetzt die nächste Widerstandszone nicht durchbrochen wird, nachhaltig. Und zwar hier, wir sind momentan bei 0,50928 und die Widerstandszone liegt bei 0,5094. Da sollten wir rüber gehen und wenn wir da rüber gehen, dann könnten wir hier locker wieder eine 0 wegstreichen. Und der nächste Kursziel wäre quasi 0,4011. Das wäre quasi der nächste Widerstand, der nächste größere nach dieser 0,04 hinten. Wenn das durchbrochen wird, dann sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Charttechnisch sieht es jetzt schon gut aus. Ihr seht hier diesen Trendkanal und wir sind genau mit dem Kurs direkt auf dem Trendkanal. Und sollten diesen Trendkanal hier nachhaltig durchbrechen nach oben. Und sollten uns oben natürlich auch etablieren und nicht gleich wieder runterfallen. Und dann würde hier ein starkes Kaufsignal generiert werden. Wir haben allerdings schon ein RSI von 94, was natürlich sehr, sehr überkauft ist. Das heißt, der Coin ist hier heiß gelaufen, muss man sagen. Das heißt, eine kleine Korrektur wäre schon gar nicht so schlecht. Wäre natürlich gut, wenn die kleine Korrektur dann über diesen 0,5094 ablaufen würde. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Und wir könnten dann mit höheren Kursen rechnen, die dann quasi eine 0 dann wegradieren würden, sozusagen. Momentum sehen wir ja auch. Geht auch nach oben. Ist jetzt alles natürlich jetzt sehr, sehr niedrig noch hier gerade bei Momentum. Da sind wir irgendwo bei Momentum von 0, und keine Ahnung, schlag mich tot. Wie viele Nullen? 1, 2, 5. Also ein Mini-Momentum natürlich, aber ein Momentum, was nach oben gerichtet ist. Das heißt, hier ist ein positives Momentum drin, was auf jeden Fall bullisch ist. Ein bullisches Signal. Und wir dürfen gespannt sein, ob tatsächlich dieser Widerstand hier durchbrochen wird. Falls nicht, dann sind natürlich wieder Rückschläge möglich bis 0,5082 so darum. Da würden wir dann wieder runtergehen, so ungefähr, dass wir wieder etwa hier sind bei der 50-Tage-Linie. Und das wäre dann im Endeffekt dieses, ja, Rückschlag-Potenzial, was möglich wäre. Ähm, ne, bin ich bei 50, weil 200-Tage-Linie wären wir dann wieder. Das heißt, das wäre so das Rückschlag-Potenzial, was dann möglich wäre, 0,5082 so in etwa. Aber wäre nicht schlimm, weil wir im Prinzip eigentlich dann nach wie vor trotzdem noch hier einen kleinen Aufwärtstrend hätten. Aber jetzt wäre die Gelegenheit tatsächlich hier aus diesem Trendkanal auszubrechen und endlich mal einen 0 wieder wegzustreichen. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, würde hier richtig bullische Signale generieren und wäre auf jeden Fall sehr, sehr positiv für den Kurs und dann auch natürlich für FOMO eventuell, die da reinkommen könnte und wahrscheinlich auch früher oder später würde. Gut, wir haben uns momentan auf Rang 18, glaube ich, nach Marktkapitalisierung. Ja, Rang 18 nach Marktkapitalisierung ist natürlich auch sehr, sehr schön, sehr, sehr, ja, positiv zu werten auf jeden Fall. Und ich denke, wenn das hier so weitergeht, dann könnten wir vielleicht auch wieder unter die ersten 10 kommen mit dem Chip-Kurs beziehungsweise mit Shiba Inu. Der Kurs müsste dann natürlich noch ein bisschen höher stehen, um dann hier unter die ersten 10 zu kommen. Aber unter den ersten 20 ist natürlich auch schon eine super Leistung und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall neue All-Time-Highs sehen könnten, wenn hier tatsächlich hier die erste 0 wieder wegkommt und wir uns dann darüber etablieren können. Gut, dann gibt es ein Chip-Magazin, das ist seit vorgestern im Umlauf, kann man sich registrieren auf der Seite, auf der Webseite von Shiba Inu. Die ersten 10 oder die ersten 1000, genau die ersten 1000, die sich da registrieren, können dann hier ein NFT bekommen, gewinnen ein NFT quasi. Das ist ein Magazin, was quasi wöchentlich rauskommt und da sind alle möglichen Neuerungen halt drin. Am 7. November ist es an den Start gegangen. Könnt ihr schauen, ob ihr euch da anmelden wollt. Wie gesagt, direkt auf der Webseite von Shiba Inu und das ist sicherlich auch eine ganz interessante Sache. Da ist man immer auf dem neuesten Stand, was das Shibarium angeht und die NFTs und Metaverse und allem drum und dran, was ja hier noch alles Shiba Inu vorhat. Die Entwickler von Shiba Inu und die Community ist natürlich da auch richtig hinten dran und ich denke, das ist auf jeden Fall hier ein super Projekt und wenn man hier zeitig eingestiegen ist, ist man jetzt sicherlich auch schon sehr satt im Plus. Ich meine, für diejenigen, die schon lange dabei sind, die sind sowieso ganz satt im Plus. Aber ich meine jetzt auch, sagen wir mal, Leute, die jetzt vielleicht vor anderthalb Jahren oder sowas eingestiegen sind, die müssen jetzt auch schon so langsam im Plus sein, denke ich mir mal, jetzt durch diesen Pump, der jetzt heute gekommen ist. Und wenn da halt wieder die eine Null wegstreicht, dann kommen immer mehr Leute ins Plus, was auf jeden Fall positiv zu werten ist. Und ich denke, hier ist es auch so eine kleine Hodler-Gemeinschaft, die weiterhin halten wird den Shiba Inu, den Shib, bis richtig hohe Kurse da sind. Was heißt so richtig hohe Kurse da? Ich meine, jedem Null, die wegkommt, ist ein Riesenerfolg. Und vielleicht kommt man tatsächlich irgendwann mal auf einen Cent. Aber das kann sicherlich noch dauern. Aber gut, wenn man ja noch nicht so alt ist und noch, sagen wir mal, viele Arbeitsjahre vor sich hat, dann kann man auch noch die nächsten zehn Jahre warten, bis vielleicht da tatsächlich ein Cent da ist oder fünf bis zehn Jahre ist ja nicht viel. Welche Gelegenheit hat man sonst noch oder welche Möglichkeiten sind da, hier richtig Geld zu verdienen, wenn man den Glück hat. Und wenn das tatsächlich sich so gut entwickelt, das Projekt, wie es eigentlich nach außen in den Anschein macht. Also auf jeden Fall ein interessantes Projekt und mit guten Zukunftsaussichten, guten Chancen und momentan durch das Pumpen wieder mit neuer Hoffnung auf hohe Kurse darauf, dass wieder mal eine Null wegkommt. Okay, gut, das war's von meiner Seite aus bezüglich Shiba Inu. Würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterläutert, damit ihr verpasst von Shiba Inu, von anderen Coins und auch von Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020